Okay, herzlich willkommen zur Vorlesung Prokallieren und Modellieren. Wir sind im Wintersemester 2022-23 und ich habe keine Ahnung, wie viel Vorlesung es ist. Und wir eiern immer noch mit diesem Study-Write-Problem rum. Aber wir kommen voran. Und wir werden uns wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal damit beschäftigen, aber dann sind wir damit Gott sei Dank irgendwann mal durch. Und eigentlich geht es die ganze Zeit darum, wie man sich Beispielszenarien überlegt, wie man die mit Objektmodellen strukturiert, wiedergibt oder daraus Objektmodelle ableitet. Und was wir heute versuchen werden, ist dann anschließend auch die algorithmischen Teile unseres Programms. abzuleiten. Das heißt, wir hatten sehr so Szenarien, ja, ich bin in der Situation, ich rufe die Operation auf, ich möchte, dass das das Ergebnis ist. Und wir hatten jetzt hier, ich habe jetzt mal ein vereinfachtes Beispiel von unserem Study-Write, wir haben einfach nur diese drei Räume hier und Kali. Und die Aktion ist, wir rufen die Call-Find-Tour auf mit X902, das ist der Mathe-Ruhm, nach X905-Examen. Und wir wollen mit 66 Credits da irgendwie ankommen oder 66 Motivationen, wie auch immer man das gerade macht. Das heißt, was dann als Ergebnis rauskommen soll, ist eine Tour, die beschreibt, wie man das lösen kann, die dann sagt, ja, du fängst an mit dem Raum X902, glaube ich, mit dem Mathe-Raum. Da kriegst du 17 Punkte. Dann gehst du zum 904er, das ist der Kalkulus. Da kriegst du 20 Punkte dazu, sind 37. Dann gehst du zum 903, das ist der Modeling. Dann hast du 29 mehr, das sind 66. Dann gehst du zum 905er. Das ist das Examsraum, das ist eine Tour, die gültig ist, weil sie genau diese 66 Credits hat. Jetzt haben wir im Prinzip so die klassischen drei Schritte eines Ball-Szenarios, würde ich sagen. Hey, in der Situation, wenn ich die Operation aufrufe, möchte ich, dass das dabei rauskommt. Und ich möchte, dass das dabei rauskommt, ist halt bei uns immer, na, ich möchte, dass irgendwie eine Objektstruktur gebaut wird, eine Änderung da drin stattgefunden hat, die das Ergebnis beschreibt. Okay. Was wir jetzt eben noch nicht wirklich geklärt haben, ist, wie funktioniert jetzt Feintour? Wie mache ich denn das? Wie implementiere ich denn das? Diese Szenarien mit diesen drei Actions, mit diesen drei Schritten, Start, Action, Result, das sind typische Sachen, die kommen aus dem Requirements Engineering, aus dem Anforderungsbereich. Das sind Sachen, die man mit dem Kunden bespricht. Also, was möchtest du eigentlich an Funktionalität haben? Und wenn man dann das alles richtig verstanden hat, das ist hier schon sehr speziell, und wir werden das später schöner kennenlernen. Wenn man das im Prinzip geschafft hat, dann kann man anfangen, drüber nachzudenken, ja, wie baue ich jetzt diese Funktionalität eigentlich? Wenn ich ganz ehrlich bin, funktioniert das so noch nicht sehr gut. Die meisten Kunden, mit denen ihr zu tun haben werdet, verstehen Objektdiagramme nicht. Das kannst du denen zeigen, dann gucken die, ja, okay, ja, wenn du das sagst. Das wird nicht funktionieren. Objektdiagramme sind eigentlich schon mehr für die technische Seite, dass man dem Programmiererteam, dem Entwicklungsteam, dem Programmiererinnenteam klar macht, wie soll das Ganze funktionieren. Also, ja, wie soll das funktionieren? Was man da tun kann, ist, man kann so einen Zetteltest machen, haben wir das früher mal genannt. Und ein wesentlicher Schritt, den man jetzt machen muss, ist, wenn wir dieses Szenario bis hier so durchgespielt haben, hatten wir immer so eine Vogelperspektive. Wir konnten alle Objekte auf einmal sehen, hatten einen Überblick über die Gesamtstruktur. Wenn man jetzt in den Rumpf dieser Methode Feintour reingeht, dann muss man so einen Perspektivwechsel machen, weil diese, in dem Moment, wo ich Feintour aufrufe und in dem Rumpf davon bin, dann kenne ich SIS. Ich weiß, wer bin ich. Und dann kenne ich meine Parameter. Das war alles, was ich weiß eigentlich. Was dann noch so alles an Heap-Datenstrukturen aufgebaut ist, weiß ich in dem Moment noch nicht. Und wir haben dann ein paar Mal das so gemacht, dass wir gesagt haben, ja, da nimmt man so einen Fog of Oblivion. Man graut so die Dinger aus, die man noch nicht sieht. Dann weiß man, die sind da. Aber man sagt einfach, ja, das kennt mein Programm an dieser Stelle noch nicht. Und dann kriegt man nämlich durch diesen Perspektivwechsel raus, na, welche Queries muss ich jetzt an mein Modell stellen? Wo muss ich überall so einen Get-Neighbor machen, einen Get-Student machen, einen Get-Visits machen, einen Get-Next machen, um die Umgebung von dem aktuellen Objekt, wo ich gerade bin, oder von meinen Parameter-Objekten zu erkunden, um dann Fallunterscheidungen zu machen, wie soll ich denn jetzt eigentlich weiter. So, das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt hier Find Tour aufrufen auf dem Kali, kennen wir This, also Kali. Wir kennen das 902-Objekt, weil es als Parameter übergeben worden ist. Und wir können das 905-Objekt, weil es auch als Parameter übergeben worden ist. Und wir wissen, dass wir 66 Credits erreichen sollen oder eine Motivation von 66. Ja, und wir schreiben uns das hier hin. Das ist jetzt die Action, wo wir wissen wollen, ja, wie könnte man das machen? Und jetzt kommt schon der erste, wesentliche Designpunkt. Naja, man muss das ein paar Mal gemacht haben. Dann sagt man, okay, das ist ein Suchproblem. Ich möchte eine Breitensuche organisieren. Dann weiß ich schon ungefähr, wie ich das kann. Ich persönlich habe das jetzt schon irgendwie gefühlt 300 Mal gemacht. Ihr habt das eventuell in effiziente Algorithmen mal gemacht, so Tiefensuche, Breitensuche. Vielleicht auch nicht mehr. Klassischerweise wird sowas hier sehr gerne benutzt als Lernchance für Tiefensuche und Rekursion. Also man löst das mit einem rekursiven Aufruf. Das ist nur, um Studenten zu verwirren. Ihr wollt das nicht wirklich. Also man will das nicht rekursiv bauen. Als Softwaretechniker finde ich das blöd. Tatsächlich finde ich rekursive Lösungen fast immer scheiße, weil bei rekursiven Lösungen verschwindet ein wesentlicher Teil der Information, der Datenstruktur auf dem Prozedurkeller, auf dem Stack, auf diesem Prozedur-Call-Stack, auf den ich relativ wenig Einfluss habe. Ich habe das lieber als explizite Datenstruktur. Das ist eine Geschmackssache. Ich finde es leichter. Könnt ihr dann jeder für sich selber machen. Wer eine rekursive Lösung abgeben möchte, kann das gerne auch tun. Ich finde es unfassbar einen Brain-Fuck. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, was man stattdessen macht, ist, man baut sich so etwas Ähnliches wie so ein Stack einfach selber. Aber was wir wollen, ist eine Breitensuche, keine Tiefensuche, was immer der Unterschied ist. Alles, was man sieht, für eine Suche, brauchst du eine To-Do-Liste. Du merkst hier einfach die Stellen, wo du noch nicht weitergesucht hast oder wo du noch weitersuchen kannst. Das ist so ein bisschen, muss man sich ein mentales Vorstellungen davon machen, wie man das gerne organisieren möchte. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie man das initialisiert. Aber dann kommt man da ganz gut hin. Bei all solchen Lösungen, die, naja, wir machen das jetzt mit einer Schleife und einer To-Do-Liste, gibt es immer diesen Teil so Setup, erst mal alles vorbereiten und dann geht man in diese Schleife rein und macht das da mit. Und eigentlich kriegt man die, muss man erst die Schleife konstruieren, damit man dann weiß, wie man sie vorbereiten muss. Das ist schon so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Das ist kompliziert. Ich kriege es auch nicht einfacher hin. Ja, wir könnten gleich als Einstiegsbeispiel für diese Vorlesung was leichteres machen. Hey, aber ihr seid drittes Semester. Ihr seid schon richtig fortgeschritten. So gesehen. Können wir das ruhig machen. Okay. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache ein Visit-Objekt. Und jetzt sind wir noch dabei, unsere Schleife vorzubereiten, wo wir dann nachher sagen, wir gehen durch diese To-Do-Liste, durch und jedes Element, was da da ist, da gucken wir uns immer alle Nachbarn an. Das Visit-Objekt sagt jetzt hier, ich zeige auf die Position 902 und da kriege ich 17 Kredit, wenn ich den Raum hier besuche. Normalerweise hätte ich hier eine Kante gezogen. habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil das wird furchtbar unübersichtlich über die Zeit. Was ich dann mache ist, ich protokolliere diesen Schritt hier so in Pseudonotation mit. Sag, hey, mach mal so ein Visit-Ding mit der Position 902 und Credit 17. Ich könnte das auch in formalerer Java-Notation machen. Ich kann es auch ebbi noch weniger formal machen. Wichtig ist, mach so Pseudocode, so Notizen, damit man das schöner nachvollziehen kann. So, okay. Das heißt, das erste Visit soll dieses Ding sein. Ich bin noch dabei, meine To-Do-Liste zu füllen. Und dann sage ich, okay, was ich auch brauche, ist eine To-Do-Liste. Mach mir so eine To-Do-List, fände ich jetzt toll, steht hier nicht. Mir sind die Nummern ausgegangen. Ich habe die jetzt mal X99 genannt und hier die X7. Eigentlich hätten das alles so 900er Nummer sein müssen. Da hatte ich nicht genug. Und dann merke ich mir, in der Menge aller Visits, die noch weiter erforscht werden wollen, schon mal diesen X7 da drin. Na, so könnte man das tun. Und das ist, weil ich es schon weiß und weil das mehrmals durchgegangen ist, das braucht ein bisschen, bis man auf die Idee kommt. Na, ich mache es jetzt hier nur einmal vor. So, und dann kommt im Prinzip so ein Schritt. So, jetzt mache ich, bis die To-Do-Liste leer ist, nehme immer einen Eintrag aus der To-Do-Liste raus. Den ersten von mir aus. Das heißt, ich mache X99, ist die To-Do-Liste. Da die Visits, da mache ich einen Remove von dem Eintrag an dem Index 0. Das ist dann die X7, die dabei rauskommt. Und hier ist dieser Strich wieder weggegangen. Habt ihr das gesehen? Ich habe da wirklich viel Liebe in diese Animation gesteckt. Also, da ist jetzt dieser Strich wieder weg. Und ich habe mir das gemerkt, dass ich da so einen Schritt machen möchte. Und wir werden nachher dann einfach das hier in Java-Code gießen. Dann haben wir fertig. Na, das ist so die große Idee. Ich mache jetzt das Szenario vor. Den Java-Code, der bereitet ihr euch mental vor. Den müsst ihr dann schreiben. Also, wir machen dann so Group-Programming. Das heißt, jeder von euch muss mir abwechselnd nacheinander eine Zeile Code erklären. Die tippe ich dann ein und dann gucken wir mal, ob es geht. Weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Mal gucken. So. Was wollen wir denn jetzt machen? Jetzt haben wir sagen, ja, hier von dem X7, was sind denn die möglichen Nachbar-Visits, die wir, nächste Visits, die wir tun können? Na, und der X7 ist ja der Raum 902, der Mathe-Raum. Mal gucken wir an, was hat der denn für Get-Neighbors, haben wir, glaube ich, gemacht. Also, X7 ist der Visits, davon die Pos, ist der 902er. Die Neighbors sind alle Nachbarn, die da dranhängen. Das ist bei uns der 903er und der 904er. Dann mache ich ein Get-Null und dann kriege ich aus irgendeinem Grund den 904er und nicht den 903er. Okay. Super. Dann sage ich, okay, diesen 904er, das ist ein Raum, den könnte ich als nächstes besuchen. Das heißt, ich erzeuge einen neuen Visit, diesen X8er hier. Sagt sie ihn auf den 904er tragen, sage dann, wenn ich erst schon 17 Credits im Mathe-Raum hatte, jetzt nochmals 20 dazukommen, habe ich jetzt 37. Wenn ich diese Tour mache, erst den, dann den. Und diesen X8er, diesen neuen Raum hier, diesen neuen Visit, Entschuldigung, den tue ich in meine To-Do-Liste. Und alle dazukommen? Hey. Cool. Und ich habe mir das hier irgendwie notiert. Können wir gleich nochmal durchgehen. Okay. Der Rest ist simpel. Chaka. Dann gucke ich, habe ich noch so einen Neighbor? Ja, habe ich. Chaka, jetzt habe ich hier den 903er noch dazu getan. Da kriege ich aus 17 plus 29 46. Das kommt hin. Credits, wenn ich von dem 902er in den 903er direkt gehe. Alle dabei? Kann sein, dass ich da mal irgendwann einen Fehler gemacht habe. Das sind uralte Dinge. Keine Ahnung. Und diese beiden neuen Visits, die Visits so zweiter Stufe, oder erster Stufe, oder keine Ahnung, zweiter Stufe, die erste Stufe für Mathe, dann die nächste Stufe sind die hier, habe ich alle in die To-Do-Liste eingetragen. Ganz wichtig. So, und dann gucke ich nach. S46, kleiner 66. Ich habe im Prinzip gesagt, ich kann hier immer schon prüfen, wenn ich so einen Visit gemacht habe, habe ich noch genug Motivation. Oder bin ich über das Ziel hinweg, dann kann ich aufhören. Dann ist das kein gültige Tour mehr, dann bin ich drüber weg. So, und jetzt habe ich hier noch mehr Neighbors, habe ich nicht. Das ist ein bisschen kleinteilig. Hier steht jetzt Repeat Step 3. Step 3 war, hol dir aus der Menge von dem To-Do die Visits, hol dir da von dem ersten Eintrag. Da steht jetzt, ich habe jetzt hier diese Kante gelöscht. Und das heißt, jetzt gucke ich mir den X-Achter an. Der X-Achter war, da hatte ich den 904er besucht und hatte dann, wenn ich da vom Mathe-Raum da reingegangen bin, hatte ich 37 Credits jetzt erborben. Und jetzt gucke ich mal weiter, was geht denn jetzt hier noch. Und dann kommen die gleichen Schritte. Was muss ich fragen, hat der noch Nachbarn? Ja, den Mathe-Raum, das heißt, das ist hier der 902, das heißt, der sagt dir, hey, du kannst vom 902, vom Mathe-Raum, vom Kalkulus-Raum und zurück in den Mathe-Raum gehen. Dann hast du 54 Credits. Und den neuen visitue ich in die To-Do-Liste. Hey, viele, viele Zwischenschritte. Dann sage ich, hey, du kannst aber von dem 904er auch in den Modeling-Raum gehen. Dann hast du 66 Credits erreicht. Und 66 klingt gut, ist aber noch nicht, dass wir drüber sind, sondern das ist genau kleiner gleich. Das könnte noch funktionieren, deswegen behalten wir uns das mal. Okay. Und der Algorithmus geht jetzt einfach so weiter. Also, danach hast du noch mehr. Nein. Dann sagt er, okay, dann nehmen wir jetzt mal den nächsten aus der To-Do-Listen. Das war, glaube ich, der 9er. Der X9er ist der erste in der To-Do-Liste. Den nehmen wir jetzt mal da raus. Und dann gucken wir uns von dem 9er, das ist die 903. Da waren wir vom Mathe-Raum direkt zum Modeling-Raum gegangen. Tschakka, tschakka. Dann hatten wir 46 Credits. Dann gucken wir von dem die Nachbar. Der hat drei Stück Scheibe. Dann kannst du sagen, geh doch wieder zurück zu dem 902. Dann hast du 63 Credits. Oder geh jetzt zum 904. Das ist der Kalklost. Dann hast du 66 Credits. Oder geh in den Examensraum. Und das baue ich dann gar nicht erst ein, weil es darf eben nicht Examen sein. Das habe ich mir jetzt hier notiert. So, das ganze Zeit führe ich hier so ein bisschen Protokoll. Was mache ich hier und spiele das hier mal wieder durch. Das wird nachher das Grundgerüst für meine Implementierung. Blablabla. Blablabla. Kommt er jetzt irgendwann hier nochmal zum Topic. Ha. Jetzt hat er wieder einen rausgenommen. Nämlich den X11. Hat er den schon rausgenommen? Wann hat er den X11 rausgenommen? Da. Wann hat er den X10 rausgenommen? Ha. Jetzt macht er das Ganze erst mal mit dem X10er. Guckt sich die Nachfolger an. X10 war, ich bin im 902er und habe schon 54 Credits erreicht. Wenn ich jetzt in einen der Nachbarräume gehe, bin ich über meine 66 Credits drüber weg. Das durfte ich nicht, so viel Motivation habe ich nicht. Aber dann bricht er da ab. Das wird dann irgendwo notiert. So, beim X11er ist er im 903. Hier. Wahaha. Und guckt sich jetzt da die Nachbarn an. Ah, dann geht er da durch und sagt, hu hu hu. X11 hat er jetzt rausgeholt. Genau. Dann guckt er sich, sagt er, ha, vom 903 könntest du zurück in den 902. Das tut es nicht. Dann sagt er irgendwie, ja, du kannst auch in den 904. Hey, von dem 903 in den 904. Dann bist du aber drüber. Das tut es auch nicht. Und jetzt kommt er irgendwo dahin, dass er sagt, hey, du könntest auch in den 905 gehen. Das musst du euch mal einfach selber in den Folien in Ruhe angucken. Und dann stellt er fest, oh, super cool, wir sind fertig. Jetzt mach mal so ein Bildtour. Also er sagt, hey, ich habe eine Tour gefunden. Ah, geht alles zu schnell, ne? Wir machen das gleiche im Code, ist viel besser. Okay. Dann gibt es diese Methode Bildtour. Das ist im Prinzip unsere aktuelle Datenstruktur. Und wir wissen, dass uns der X14 hier, der führt uns zum Ziel. Da sind wir in dem 905er und haben hier die 66. Und wir hatten hier diesen Baum von Visits. Und jetzt brauchen wir nur den Pfad, der vom Start hier hinführt. Und den wollen wir in die Tour speichern. Wir sind gerade auf dem 14er. New Tour. Dann sagt er, dann tut er schon mal den 14er da rein. Und dann fragt er den nach seinem Previous. Da kommt der X11 raus. Dann tut er den dazu. Dann tut er den nächsten dazu. Dann tut er den nächsten dazu. Da sind die alle in dieser Tour drin. Da müssen wir noch so Previous Next Kanten ziehen von mir aus. Und dann passt das schon. Dann haben wir die Tour beieinander. Wunderschön. Und dann sind wir, glaube ich, fertig. Okay. Und dann haben wir genau das Ergebnis, das wir haben wollten. Wow. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen zurück. Das war prinzipiell das Gedächtnisprotokoll, das wir gebildet hatten, bis zur Bau dieses Dings hier. Dann nehmen wir noch mal den Quelltext davon. Tchaka. Jaha. Und gehen, also was wir jetzt natürlich machen, ist, hier haben wir jetzt eine Objektstruktur mit vielen, vielen Zwischenschritten. Dabei leiten wir das Klassendiagramm draus ab. Dann bauen wir das ganze Klassendiagramm mit den bidirektionalen Assoziationen in Java. Das haben wir jetzt gelernt mit Attributen und Settern und Gettern und all diesen ganzen Kram. Ich habe das jetzt mal vorbereitet. Dafür muss ich jetzt aber den hier mal öffnen. Das hätte ich mal öffnen sollen vorher. Wie wir das machen, wissen wir, beziehungsweise üben wir gerade in der Hausaufgabe. Und ich habe hier Feind, ja, Appearance. Will ich noch eine zweite Tour? Nö. Doch, ja, nein, weiß nicht. Ich mache den mal hier hin. Ein bisschen größer. Verrückt. Und jetzt mache ich aber mal View Appearance Presentation. Yeah. Großartig. Ich habe das neu gebaut in einem anderen Ding, damit wir nicht mit den Sachen durcheinander kommen, die wir jetzt die letzten zwei Wochen gebastelt haben. Ich habe eine neue Klass, neues Package.de, SE Kassel, das ist da die Breitwis Fulip. Bin jetzt hier in der Testabteilung und habe mir so einen Feind Simple Tour Test gemacht. Da kommt jetzt hier genau dieses New Student ZID X 900. Das ist der hier. Einen Namen habe ich vergessen zu setzen. Ich habe den Mathe-Raum. Der hat die 902. Damit das zu unserem Beispiel passt. Mathe, Mathe, Mathe 902. Das ist hier unten. Ich habe den Calculus-Raum. Ich habe den Modeling-Raum. Ich habe den Examens-Raum. Also der Code, der die Objektstruktur macht. Da geht noch jeder mit. Hatten wir jetzt ein paar Mal. Der hier macht die Nachbarschaft. Examens-Raum hat eine Kante zu Modeling. Hey, das stimmt. Hin und zurück heißt das jeweils Neighbors. Modeling hat Neighbors, Calculus und Maß. Da benutze ich so war arg. Das war irgendwie spannend. Da kann man gleich mehrere übergeben Nachbarn. Nicht jetzt einfacher. Aber wir haben das bis jetzt noch nicht so implementiert. Wer noch in der Hausaufgabe ein bisschen mehr machen möchte, könnte sowas auch mal tun. Vergiss es. Dann braucht ihr nicht. Ist so ein Schnickschnack. Okay. Das zieht tatsächlich jetzt zwischen Modeling, Calculus und Maß jeweils so eine Kante. Modeling, Calculus, Maß. Wunderhübsch. Und Calculus hat Modeling und Maß. Das eine wusste der schon. Kann man aber durch mehrmals ziehen. Schadet ja nicht. Und jetzt könnten wir noch den Maß ziehen lassen, wenn man wollte. Okay. Hier habe ich schon mal den Methodenaufruf hingetan. Vorbereitender weiß, dieses Diagramm da rechts habe ich erzeugt, indem ich dann hier Fulip-Objektdiagramms aufgerufen habe. Und dann Dump SVG mit Fine Simple SVG Examen Cali und das hier ist dieses Fine Simple Ding, was wir uns dann jetzt angucken können. Soweit alle gut? So, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt implementieren wir diesen Aufruf, den wir da hatten. Fine Tour. Ich übergebe jetzt hier Maß und Examen. Ich habe mir hier Klartextnamen genommen. Ich hätte die eigentlich auch X905 nennen können. Die Variablen, das passt nicht hundertprozentig zu unserem Beispiel hier. Da war das mit X902 und X905. Ich werde alt, verzeiht mir. Okay. Dann gehe ich hier so drauf und mache Alt-Enter und dann sagt er, soll ich da die Methode Fine Tour in der Klasse Student generieren? Wir rufen das auf dem Kali auf. Das sollten wir ja so und bauen da jetzt diese Methode. Verrückt. Dann fragt er, was soll die denn zurückgeben? Naja, ich will eine Tour. Hey, das gibt es zufälligerweise, weil ich das im Klassendiagramm schon vorgesehen habe und dann inzwischen vorbereitet gebaut haben. Der möchte einen Raum, das ist der Start und der möchte einen anderen Raum, das ist das Endziel. Das heißt, ich kann auch andere Routen machen zwischen anderen Paaren von Räumen und dann möchte er so ein Int, das ist die Motivation, die wir haben oder die Standard Credits, die wir haben oder was auch immer oder das, wo wir hin wollen. Nennen wir es doch Motivation. Das glaube ich jetzt immer so genannt. Hey, das wollen wir jetzt bauen und die Idee war, jetzt nehmen wir halt unseren Quelltext hier, also unsere Pseudocode Notation. Ne, machen wir noch nicht. Doch, ja, nein. Wir machen erstmal einen Return. Null. Ne? Control Tab. Das ist das Szenario. Wir sollten hier irgendwie uns das Ergebnis merken, das hier zurückgegeben wird und dann für einen Test machen, ob das das Ergebnis ist, das wir haben wollten. Result finde ich ganz gut. Da müssten wir dann jetzt irgendwie so ein Assert machen. Ja, und das simpelste, was wir machen könnten, wäre Assert dot Assert True. Ja, Assert True wie Salt ist ungleich Null. Wäre schon mal ein Start in den Tag. Und da sollten wir natürlich noch gucken, ist die Tour gültig und pa 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 gibt es die Übergänge noch mehr Tests, aber das könnten wir ja schon mal so machen. So, wenn wir das jetzt laufen lassen, das laufen lassen, das Einfachste ist, wir gehen hier auf diesen schönen grünen Pfeil und lassen das mal hier drinnen laufen. Immer eine gute Idee. Dann läuft der Pa 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 Wir haben eine Zeile programmiert, immer gleich laufen lassen, ist das richtig. Und tatsächlich ist es so, wie wir das hier machen. Das nennt man Test Driven Development. Wir schreiben erst den Test und dann implementieren wir die Funktionalität, die wir testen wollen. Das ist eine software-technisch empfohlende Vorgehensweise. So soll man das machen. Das ist eine agile Methode, wie man das macht. Das ist relativ neumodischer Kram. Wir diskutieren das im weiteren Verlauf der Vorlesung noch ein paar Mal, warum ich jetzt glaube, dass das eine gute Idee ist. Und wir unterrichten das jetzt erstmal so und spielen das ein paar Mal durch und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das für euch adaptieren wollt oder nicht. So, der ist jetzt hier so orange, weil da ist viele Dinge passiert, aber hey, da ist ein Assertion Error, das hat nicht geklappt. Und da steht jetzt hier hinten irgendwo Find Tour Szenario 44, Find Why Result Could Be Null. Ah, sehr spannend. Analyze Dataflow Der sagt jetzt irgendwelche verrückten Sachen. Also offensichtlich hat Feintour nicht das richtige zurückgeliefert. Ja, haben wir ja auch noch nicht implementiert. Gut. Gehen wir da mal rein in das Feintour. Machen den hier nochmal gerade zu. Control V Nochmal von hier Control C, Control C V Wunderhübsch. Jetzt habe ich einfach nur diese Notizen, die wir uns beim Spiel, beim Objektspiel, beim Zetteltest gemacht haben genommen und jetzt muss ich hier irgendwie Comment with Block Nein, Comment with Line Block Control Slash Prinzipiell. Das wollten wir mal machen. Dann nochmal irgendwie Indent Auto Show Indent Auto Indent Lines Control Alt I Macht er nicht. Finde ich schade. Ich fände es schöner, wenn er den eindrücken würde. Ich kann damit nicht leben, dass es nicht eingerückt ist. Dann machen wir jetzt den 1,2,3 Also wenn man mehrmals hintereinander im IntelliJ die Shift-Tasse drückt, dann geht es hier eine Suche auf. Dann kann man nach dem Column Selection Mode suchen. Alt Shift einfügen. On Ja Wunderbar Dann kann man hier diesen Cursor so über mehrere Zeilen erstrecken und dann alle Zeilen gleichzeitig eindrücken. Und der rückt hier drei Buchstaben tief ein und das Public ist irgendwie anders eingerückt. Das macht mich unglücklich. Warum ist das Public anders eingerückt als der restliche Kram. Okay. Was war jetzt noch für dieser Column Edit Mode? Weiß das noch einer? Alt Shift einfügen. Habe ich eine Einfüge-Taste? Ich habe eine Einfüge-Taste. Alt Shift einfügen. Ah, jetzt ist das wieder heile. Und aus irgendeinem Grund ist der hier anders eingerückt als der Rest. Hm. Wie dem auch sei. Äh, Alt I. Ich rücke doch mal alles richtig ein. Ctrl A. Ctrl Alt I. Hm. Weiß ich nicht genau. So, so bin ich jetzt einigermaßen zufrieden. So können wir anfangen zu arbeiten. Also, ihr seid dran. Was sollen wir als erstes machen? Wir wollen jetzt Feintour machen. Wir wollen erst mal unsere To-Do-Liste initialisieren. Und da tragen wir, ja, lass uns eine To-Do-Liste anfangen oder wollen wir erst einen Visit machen? Zuerst die To-Do-Liste kann ich mit leben. Dann tue ich die Zeile einfach mal nach vorne. Tschaka. Dann machen wir eine New To-Do-List. Hey, ich habe das mal vorbereitet. Die Klasse gibt es schon. Sonst kämen wir heute nicht zu Potte. Das ist jetzt einfach der Punkt. Wunderschön. Alt Enter introduce local variable. Finde ich total gut. Das nennt er To-Do-List. Finde ich total gut. Hey, haben wir eine To-Do-List. Tschaka. So. Rechts außen. Du bist dran. Was sollen wir hier machen? Was sollen wir dann machen? Einen Visit erstellen. New Visit. Ich habe das schon mal vorbereitet. Diese Klasse gibt es schon. Den Visit müssen wir sagen Set ID einfach wollen wir das? Irgendwie ja. X7 können wir ja mal hier übergeben weil das hatten wir so in unserem Beispiel. Es wird hinterher schwieriger. Okay. Ich nenne das hier mal so First Visit. Das ist okay für euch? Okay. Der braucht mehr. der Visit Wir gucken aber in das direkt Beispiel. Der hat hier noch diese X902. Das ist im Prinzip der Raum in dem ich gerade bin. Das hatten wir irgendwie international darauf geeinigt. Das ist die Position. Dot Set Set Room Nehmen wir das. Ich habe das offensichtlich als ich das Klassendiagramm implementiert habe Room genannt. Und welchen trage ich da ein? Also prinzipiell übergebe ich den Raum wo ich loslaufen möchte. Jetzt ist genau der Punkt jetzt gehen wir vom Beispiel auf die Regelebene zurück. Und den Raum wo ich loslaufen möchte wo ich den ersten Visit habe übergebe ich in dieser Variable Start. Wunderhübsch. Aha. Nochmal. Dicke Finger. So. Und dann irgendwie sowas wie da habe ich das echt Motivation genannt. Das war ja mal blöd. Na gut dann eben Motivation mein Gott also neben dem Beispiel ist jetzt anders aber ich habe so implementar ich könnte jetzt das lassen gigagramm ändern das ist aber ziemlicher punk was würden wir da bei Motivation eintragen ja aber wir haben ja beim ersten schon was verbraucht das heißt wir müssten jetzt von dem Start Knoten die Credits die müssen wir abziehen ist das okay für euch leuchtet alle so hey ja so könnte man es programmieren könnte funktionieren könnte sein dass das richtig ist wissen wir nicht so genau oje ok jetzt haben wir schon echt viel implementiert wollen wir nicht mal testen aber tatsächlich müssten man den jetzt noch der to-do liste zuordnen na dot set to-do 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 die haben wir ja da oben gemacht wunderhübsch ja lass uns das doch mal laufen lassen shift f9 ist glaube ich die zaubertaste mit der das geht nö function f9 hey unmappable character for encoding in windows examine what the fuck das das im drecks kommentar und das kaufmännische und kriegt da nicht hin boah boah irgendwie das ding kriegt da nicht hin was so ein komisches hochkommata der hat immer noch einen gelben test aber eigentlich müsste er dieses bild hier aktualisiert haben juhu ne guckst du da unten ist eine to-do liste da ist unser erster visit der hat noch eine rest motivation von 49 klingt euch das plausibel ist jedem klar warum es dieses bild sich aktualisiert hat hier nicht ctrl tab das hatten wir hier hier unten aufgerufen das kali liefert dann zwar immer noch null zurück dann malen wir das objektdiagramm neu und dann prüfen wir die assertion das schlägt noch tief aber vorher hat er noch mal das dargestellt und da übergeben wir eigentlich zum malen examen und kali und weil wir den examensraum übergeben dann findet das ist der examensraum 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 wo ist denn der examensraum tschakka da der examensraum hat halt den modelingraum dran und dann sagt er oh guck mal der hat auch noch alle nachbarn die er so findet die sammelt er alle ein und stellt die hier in dem objektdiagramm automatisch mit da und weil wir geschickterweise ja diese visit und room kante hier bidirektional gemacht haben kann er von dem matte raum aus fragen hey welche visits sind hier schon drin und findet den visit hier und findet die to do liste hier und stellt das so schön vollständig da das ist wenn man so bidirektionale objektstrukturen macht dann kann man da diese ganzen zusammenhangskomponente in einem rutsch neu zeichen verrückt ja das sieht bis jetzt hübsch aus oder alle zufrieden machen wir noch mal mit der mit dem original vergleichen irgendwie folie so und so müsste so ähnlich ausgesehen hat jeder noch im kopf okay das hätten wir auch machen können wir hätten auch hier einfach sagen können anstatt hier dieses lange ding da zu machen wobei man muss eben einmal das szenario komplett durchspielen und dann irgendwann mal sagen hey ja wir hätten gerne dass das wie folgt abgearbeitet wird jetzt sind wir ungefähr nein das haben wir das haben wir das haben wir nicht noch weiter oben da sind wir ja wir haben die to do liste erzeugt und den visit der auf 902 zeigt hey wir sind bei folie 43 verrückt von irgendwie 80 die wir heute erreichen finden wir ein guter tag heute also viel programmiert geht das jetzt die ganze zeit so weiter das können wir natürlich gucken wir können jetzt auch hier in dem szenario gucken was sollen wir denn als nächstes machen wir sollen offensichtlich ein element aus der to do liste rausnehmen hier lasse ich jetzt mal meine unfassbare erfahrung sich ausschauen wir hier den richtigen studenten nein control tab fine tour szenario cali fine tour da springen wir einfach hin hier steht irgendwie so ein repeat step 3 bla 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 wir machen wir wissen jetzt wenn da so ein repeat steht wir brauchen eine schleife wer geht da mit schleife und irgendwie so lange bis die to do liste leer ist oder irgendwie so ähm ich habe ich unterrichte parallel zu dieser veranstaltung noch die einführung in die informatik und habe festgestellt dass so weihschleifen irgendwie blöde in der konstruktion sind weil man so wenig kontrolle darüber hat wie oft sie ausgeführt werden und da muss man sich relativ früh gedanken über die abbruchbedingungen machen und ich mache jetzt hier mal vollkommen absurderweise eine vorschleife weil da kann ich rein aus testzwecken sagen lass sie doch mal nur so einmal durchlaufen und dann lassen wir sie mal zweimal durchlaufen und dann gucken wir uns immer das objektdiagramm an was dann nach der ersten iteration nach der zweiten situation und dann sagen wir das gefällt uns jetzt machen wir mal die zehnmal oder hundertmal und dann sagen wir irgendwann mal oh was wäre denn die richtige abbruchbedingung das ist ein rein ja so eine so eine hilfskonstruktion um das damit da nicht gleich so eine explosion stattfindet denn sonst rast diese schleife da irgendwie los ohne ende und man man kriegt nicht so den finger dran was passiert da eigentlich deswegen mache ich das jetzt mal mit nach vorschleip und einer mit vor i und natürlich heißt das ding i nein das heißt nicht i lass uns das mal number of runs den ich haben möchte das wird mit 0 und solange das number of runs kleiner 1 ne wir wollen erstmal nur einen run machen wir number of runs plus plus dann hört er gleich auf ne wenn er das jetzt einmal durchgeführt hat dann macht der number of runs von 0 auf 1 und dann hört er auf ne ausprobieren ne also wenn das jetzt vorbei wäre dann hätten wir schon eine endurch schleife das können wir jetzt einfach mal ausprobieren hurra wir werden dann hinterher hier irgendwie so eine bedingung haben oder wenn wir sind fertig ne und was immer der grund ist warum wir fertig sind können wir auch gleich schon darüber diskutieren aber so kann man es jetzt schon ausprobieren das finde ich total toll function f9 gucken ob wir es richtig gemacht haben ja ich finde das sieht immer noch hübsch aus tschakka 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 alles gut na so was soll er denn jetzt machen ähm in unserem Beispielquelltext hier geht hol doch mal das nullte element ctrl x tschakka tschakka ctrl v wunderhübsch das heißt wir holen uns jetzt einfach aus unserer to do liste den ersten eintrag ne ähm das müssen wir irgendwie benennen das ist ein visit der da drin ist ne sind da alle einig ne in der to do liste ist ein visit wie kriegen wir den ersten eintrag aus der to do liste könnt ja lass uns das mal probieren jetzt x99 war unsere to do liste äh get to do dot get null schlägt er vor äh remove kann man auch machen mit null aber das ist böse da wird die rückrichtung nicht gelöscht ne dann kriegt man seine bidirektionalen dinger durcheinander das heißt wir machen jetzt hier tatsächlich machen wir ein get stumpf den nullten und dann ein to do liste dot ähm bap 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 without to do's current visit without to do's das ist genau dieses schema diese umsetzung die ihr jetzt gerade als hausaufgabe habt ne das habe ich alles vorbereitet ne wenn irgendwann jetzt so ein fragebogen zur evaluierung der veranstaltung kommt wirkt der professor vorbereitet erinnert ihr euch an diese stelle ne bitte ne und dann sagt er an ja super er hat echt viel vorbereitet ne und ähm nächste woche lernen wir wie ich das vorbereite tun liste is out to do's genau das löscht den da raus hoffentlich hey ausprobieren f9 shift f9 oh guck mal jetzt steht hier noch dieser visit aber die to do den sehen wir nicht mehr weil der nicht mehr da dran hängt it's not a bug it's a feature ne das hat soweit scheint es funktioniert hoffentlich mal ne es ist der ex 7 hoffentlich hier drinnen gehen wir mal davon aus ne äh current visit wird übersetzt mit das ist der aktuelle besuch den wir hier gerade bearbeiten wollen so was wollen wir denn mit dem machen da stand doch hier unten irgendwie code für wir wollen prinzipiell ähm hier uns die neighbors besorgen na das tun wir jetzt mal hier oben rein hu 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 control v irgendwie ist das dadurch dass wir hier konkrete werte haben ist irgendwie blöd x11 wäre jetzt hier natürlich unser current visit neighbors get und dann kriege ich irgendwelche nachbarn ok und für alle diese nachbarn will ich was machen dann mache ich wieder eine schleife ah ist das ok für euch mache ich jetzt einfach so eine schleife äh und dann tue ich da irgendwas drinnen ja jetzt fähig und jetzt nehmen wir mal eine andere schleife nehme ich die for each schleife kennt die Anna wer kennt for each leber ok for each sagt ähm ich war einfach nur was für dinger sind da drinnen das sind rooms äh next room ja äh und in welcher Menge suche ich danach ähm das ist der current visit äh da der get room ist das ok current visit das ist der x7er der room ist dann der matte raum und davon die neighbors dort get neighbors tschakka nee kein semikolon sondern mäh gleich wird es kommen tschakka das ist jetzt schon ein bisschen länger geworden als es in eine zeile passt das liegt an dieser darstellung das ist jetzt können alle können alle das lesen diese art von schleife ne der läuft jetzt der weist jetzt nacheinander diesem next room die elemente von get neighbors zu das heißt bei uns den kalkulus und den modeling raum hoffentlich ne ähm mal ausprobieren ob wir schon eine endlos schleife haben nö scheint noch zu terminieren gut er passiert noch nichts damit was sollen wir denn damit machen wir bauen da jetzt einen visit von ne und jetzt weiß ich gar nicht mehr wo das hier in diesen dingen steht die verwirren mich das sollte besser sein ähm da machen wir uns jetzt hier so einen add visit add new visit für den next room so wie bauen wir uns denn jetzt einen visit für den new room für den next room new visit yeah ok ok der soll eine set id kriegen jetzt wird die luft schon dünn hm ja aber wir sind hier in der schleife das wird irgendwie mehreren durchläufen ganz oft aufgerufen jedes mal x8 ist irgendwie falsch ja das ist die schleife die in dem rand ist ne mit dem i kommen wir auch noch nicht so richtig weiter äh das ist aber auch echt blöd ähm 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 next int next room next visit number ne ähm und die initialisieren wir mit 7 ok ja das ist so in dem beispiel guck hier der erste visit ist 7 und ähm ja das heißt dann müssten wir hier in den schleifen eigentlich müssen wir schon mit 8 weitermachen genau dann können wir hier bei set id tschakka 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 sagen das ist x plus next visit number tschakka und dann machen wir next visit number plus plus dann haben wir das erhöht genau nichtsdestotrotz müssen wir uns hier diesen new visit jetzt mal irgendwie merken äh dann nennen wir es doch new visit weil uns nichts besseres einfällt und das ist echt schön übersichtlich dieses ding aber ähm man sieht die ganze zeile nicht mehr das ist schon blöd äh ja hier jetzt sind wir wieder aus dem spiel ok ja aber genau der muss jetzt noch an allen möglichen stellen eingehängt werden also dieser new visit der braucht einen room den wir besuchen na das ist der wer ist für next room hm ähm der new visit braucht irgendwie eine Motivation welche genau wie viel haben wir denn noch genau wir nehmen den current visit davon die Motivation und ziehen von dem next room die credits ab ich find's gut äh warum ist das hier so klein der front ist echt zu groß ok ne jetzt haben wir haben wir alles gesetzt was wir brauchen äh wir wissen es nicht wir gucken uns das gleich mal an ne wofür haben wir denn diesen Objektdiagram viewer ähm damit das Objekt aber erscheint wäre es eine coole Idee wenn wir das Objekt in diese To-Do-Liste einhängen würden wer ist dafür ne ja ok ne aber das ist so ein bisschen gebastelt wir haben es im Szenario relativ gut durchgespielt das ist jetzt in der Fördersituation weiß ich nicht ob jeder damit noch dabei ist ähm wir machen mal so einen To-Do-List dot with to-dos ähm dieser new visit so du hattest jetzt die Frage oh aber die heißen jetzt alle new visit nein 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 der Speicherplatz die Variable in der wir uns die Adresse von dem Objekt merken der heißt new visit das Objekt selber hat diese ID das ist jedes Mal ein anderes Objekt bei jedem Schleifendurchlauf benutzen wird hier drinnen ein neues Objekt angelegt und die Nummer von dem Objekt oder die Speicheradresse von dem Objekt der Pointer zu diesem Objekt den merken wir uns in diesem new visit bis zum Ende der Speicher dieses Schleifendurchlaufs wenn wir hier sind läuft er hier oben hin zurück und dann wird hier new visit ein neuer Wert zugewiesen und bei jedem Durchlauf ist es ein neuer Wert das ist dieses Wunder der Schleife und im Zusammenhang mit dem Hieb passieren da komische Dinge die Variablen die in der Schleife sind leben immer nur für den aktuellen Durchlauf die Objekte auf dem Hieb leben für immer oder bis der böse Garbage-Collector sie irgendwie zerstampft aber solange man sie braucht oder noch erreichen kann leben die noch und deswegen funktioniert das hier so und das muss man sich irgendwie hundertmal im Kopf durchspielen irgendwann versteht man das oh das fliegt einem ein paar Mal um die Ohren Schakka Schauen wir mal oh das ist größer geworden ähm du geh weg du mach mal ein bisschen breiter so da ist die To-Do-Liste die hat keine eigene ID schon mal schlecht das hätten wir noch zuweisen können äh dann gab es hier irgendwo diesen X7er Visit der hängt nicht mehr in der To-Do-Liste dran weil wir mit dem fertig sind ähm dann gibt es den X8er Visit super gut das ist die Motivation noch 20 es gibt diesen X9er Visit da ist die Motivation noch 29 die sehen soweit schon ganz hübsch an die hängen in der To-Do-Liste drin was noch fehlt ist wir hatten in dem Original hier eine Kante na wir gucken noch mal das Original Schakka da hatten wir gesagt ja mach doch bitte äh wir sind jetzt ungefähr an dieser Stelle mach diese beide Folgedinger naja und ja hier mache ich das mit Credits die ich schon geerntet habe wir machen sie mit Motivation deswegen ist hier diese letzte Zahl falsch aber hier sind wir jetzt gerade ne es sind zwei Dinger in der To-Do-Liste hier diese Kante fehlt die zwischen dem alten Visit und den Folge Visits da möchte ich so eine Previous Next Kante haben ne damit ich nachher diese Tour zusammenbauen äh da müssen wir die noch ziehen das heißt wir müssen wie wäre es hier im Prinzip sagen der Current Visit Dot Set ne With 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 Current Visit hat kein With Wait Hm Set Motivation Set Set Room die Next Kanten sind nicht implementiert das ist ja mal blöd müssen wir diese Kante noch implementieren ich habe keinen Bock das dauert zu lange darf ich jetzt unauffällig den Generator zeigen oder ich brauche eine Assoziation von dem Raum zum nächsten Raum die habe ich in meinem Klassendiagramm vergessen ja das hier ist mein Klassendiagramm ne ich habe zwischen Visit und Visit habe ich die Kante vergessen genau kannst du nicht mit deinem Stream Deck irgendwie so umschalten dass man das nicht mehr sieht irgendwie mal nur mich zeigen und ich habe da so einen kleinen Hilfstrick ich habe das nicht wirklich alles von Hand gemacht der Visit hat eine Tour hat Räume und der hat im Prinzip ähm Visit Previous und ein List of Visit Next Next Scheißegal Jihau und da kann man so ein komisches Zeug machen das wir nächste Woche erklären nachdem ihr die Hausaufgabe von Hand gemacht habt ähm wo wir dann hier hinschreiben Prev und Control V und hier Next Hab Vertrauen und ich erkläre nächste Woche warum das richtig ist ähm und dann muss ich irgendwie Function F9 machen und dann sagt der Identifier Expected wo er ja recht hat hat er da schon Dinge gebaut wahrscheinlich nicht ne äh With Next guck jetzt gibt's das ich hab das mal vorbereitet äh New Visit jetzt kannst du wieder einschalten ne genau den können wir mal wieder zumachen den können wir jetzt mal wieder rein machen Control Save nochmal laufen lassen gucken ob das den Effekt hat den wir wollten den hier kleiner machen da ist die To-Do Liste jetzt gibt es von X7 auf X9 und auf X8 eine Previous Next verrückt ne und tatsächlich kann man jetzt wenn man nicht einmal das Szenario durchgespielt hat und dann eben diese unfassbar lange Liste von Objekt Diagrammen gemacht hat hier immer schön Original und Fälschung miteinander vergleichen ist das das was wir wollten bin schon ein bisschen stolz das funktioniert echt gerade mal heute gut wenn ich das noch richtig vorbereitet hätte wäre es richtig gut ja war nicht schön ne da sind wir doch gar nicht feige da lass uns doch mal ein mehr machen oder oha safe dann F9 hm das ist einfach nur so ein Hilfskonstrukt damit uns diese Schleife nicht amok läuft weil wir noch nicht wissen wie viele Durchläufe wir brauchen bis wir fertig sind mach doch was gut was wenn du mit einem hinkommst dann versuch mal bis zwei weil wenn man einfach so macht bis nichts mehr geht oder wir wissen nicht genau wie lange dann explodiert dieses Objekt Diagramm so wie man leicht sieht das Objekt Diagramm wird irgendwann fucking fucking unübersichtlich und ich habe jetzt einfach mal das Vertrauen dass das funktioniert das heißt ich mache jetzt mal dieses Number of Runs da weg und stattdessen machen wir so lange bis die To-Do-Liste leer ist wer ist dafür wir könnten auch vor not To-Do-List get To-Dos das ist ein bisschen um die Ecke also in der To-Do-List das Objekt wo die Liste der To-Dos dranhängt dot ist empty immer schön das not mitlesen wer geht da mit einer geht mit du gehst nicht mit jetzt könnten wir das vor einfach weg machen der Kollege sagt zu recht hallo irgendwer sollte zwischendurch mal auf die Motivation achten danke das ist gar nicht so blöd das heißt irgendwie dieses tu das mal in diese To-Do-Liste rein machen wir schön nicht wenn wir out of motivation sind das heißt hier machen wir so ein if drumrum if new visit dot get motivation kleiner echt kleiner 0 nee wenn das größer gleich 0 ist dann tun wir es in die To-Do-Liste geht da jeder mit ok ja erst nochmal laufen lassen immer laufen lassen ist eine gute Sache gucken ob er dann jetzt irgendwann aufhört er müsste irgendwann aufhören Dinge in die To-Do-Liste zu tun ja er terminiert das ist schon mal eine gute Sache obwohl wir jetzt da diesen Zähler rausgenommen haben terminiert er noch haben wir irgendwas richtig gemacht das ist schon mal gut ne und ja dieses Objekt Diagramm wird größer ne komm das geht noch bis 100 Objekte ist alles ok ab 1000 wird es echt unübersichtlich ne also gut jetzt könnte man schon mal suchen gibt es hier irgendeins wo wir das Examen erreichen da hängt an dem Examsraum ein Visit mit Motivation gleich 0 dran der Visit x20 das ist der den wir wollen tschakka kann das einer von euch sehen ne der alte Mann kann das sehen hier Motivation ist null und wir sind in dem Raum das hat funktioniert es gibt einen Weg den müssen wir jetzt dann irgendwie richtig zurück gehen jaja tschakka 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 jaja amamamamam wollen wir das hier vormachen oder hier hinter oder da drin also was ist die Bedingung wenn wir fertig sind ja lass uns das einfach hier vormachen oder if a new Visit get Motivation ist null tschakka tschakka und und in die neue Zeile jo wa new Visit dot ähm amamamamam get den Raum den du gerade visitest wenn das gleich gleich er erinnert sich noch an end end war dieser parameter wo wir gesagt haben das ist der Raum wo wir hin wollen dann haben wir beim Aufruf mit hingeben alle dabei verrückter scheiß kein Semikolon ähm naja dann sind wir fertig oder fertig ich found it tschakka na ah wie die tönen mal ähm erst mal dann hört er früher auf ah da können wir uns jetzt mal ein System Out Print line komm das haben wir so lange nicht gemacht äh geht das nicht irgendwie laut oder so verrückt ähm found one tschakka f9 damit wir es überhaupt sehen weil das wirklich kriegt hinkriegt uh ich fand da war gerade eine mördermäßige Fehlermeldung assertion error ja hat er schon recht ich bin schon drüber hat er irgendwo found one geschrieben da found one verrückt er findet einen Weg tschakka wir müssen ihn nur noch zurückgeben äh und ich glaube in unserem beispiel szenario haben wir dafür einen text vorgesehen tschakka 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 sind schon auf folie 80 verrückt haben schon viel implementiert ähm mhm mhm irgendwo kommt doch jetzt gleich da bild tour sollen wir na machen wir das doch alt tap nein ctrl tap doch alt tap jihau wo bin ich ihr götter da wollte ich nicht hin rein tour finde ich gut da ne found one da wollten wir jetzt machen so ein bild tour und dem übergeben war den new visit ne übergeben den raum mit dem wir unser ziel erreichen oder den visit mit dem wir unser ziel erreichen und dann brauchen wir dieses bild tour rückwärts ok jo jo ne und dann machen wir hier einen return bricht alle schleifen graffel ab und verfertigt man soll das nicht tun mitten aus so einem zweimal ineinander geschachtelten schleifen dann noch so ein if einfach mal irgendwo dann so ein verstecktes return das ist ganz schlechter stil aber ich mache das immer ist das ok für dich adrian adrian der das nachher korrigiert sagt ist ok dürfen wir machen dann sagen wir hey bauen wir nochmal diese methode bild tour die liefert eine tour zurück offensichtlich bild new visit return 0 tatsächlich bin ich kurz davor zu sagen wollen wir nicht lieber eine array list zurückgeben das ist leichter mit dem umdrehen der reihenfolge ach ach wir geben die tour einfach rückwärts aus das ist gut genug wie spät haben wir den 17 uhr 11 wir haben noch viel zeit 20 minuten wunderhübsch jihau so das return 0 wird hoffentlich nie erreicht aber das macht er halt wenn er nichts raus hat nochmal immer mal wieder mal programmieren ob es noch funktioniert laufen lassen nicht eine gute idee test fehlt aber ist irgendwie nicht schlimmer abgestürzt finde ich gut tak so bebrochen irgendwie so alle günstig du musst jetzt glaube ich dran als erstes ok wie machen wir denn so eine tour ich habe das vorbereitet ich habe eine klasse dafür erstmal weil wir brauchen für alles immer eine klasse die merken wir uns in einer lokalen variablen the tour finde ich großartig ad visits klingt für mich nach einer schleife oder und wir hatten uns es ja jetzt gesagt schleifen fangen wir immer mal mit so einem 4i an einfach nur um die kontrolle zu haben ja und wir fangen mal irgendwie mit 1 an und dann geben wir sie zurück ja aber die wissen sie noch nicht wir müssen jetzt in diesem baum da nach unten von dem letzten visit dann den previous visit und wieder den previous visit laufen und wir wissen nicht wie viele Schritte wir brauchten in der tour deswegen können wir es nicht vorher sagen und dann geben wir the tour zurück chaka function shift f9 boah wir haben sogar schon einen grünen haken unsere assertions sind echt crappy also wir sollten ein bisschen mehr prüfen ob die Tudi da zurück kommt auch irgendwie sinnig ist das überlasse ich euch als Hausaufgabe zur Übung und bin jetzt einfach mal froh hey wir haben einen grünen Balken das ist ja mal cool chaka 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 wird die Tour hier in unserem Objekt Diagramm dargestellt ich fürchte nein wer kann das sagen man sieht es ja kaum wahrscheinlich nicht weil das nirgendwo dran hängt aber das kriegen wir jetzt gleich ja initial können wir schon mal den New Visit dran hängen oder warum heißt ja nicht New Visit nein jetzt ist das gerade der Old Visit Last Visit New Visit ist an dieser Stelle irgendwie falsch Current Visit Current Visit ne und dann würden wir sagen hey der davor ist der Previous Visit ist das last der alte Mann hat Last Visit vorgestellt nein das der hat jetzt das ist na klar eben war es noch der New Visit als wir den zu do sind zu getöt haben jetzt sind wir ja gerade fertig jetzt ist es aber der letzte Visit in unserer Tour den tun wir mal in die Tour the tour dot with bei uns heißen die Dinger with visits last visit F9 ich bin einfach nur mal gespannt ob es jetzt tatsächlich in meinem Objekt Diagramm auftaucht wer es im Objekt Diagramm als erstes sieht er bekommt fünf Punkte in der Klausur wenn Adrian sich das merkt so gefühlt muss die To-Do Liste hier unten sein und die Tour gibt es hier eine Tour da gibt es eine Tour sieht jeder die Tour und da ist X20 das ist tatsächlich der in meiner Liste drin ich finde es cool ok alle glücklich verrückter Scheiß rumpel chaka was machen wir jetzt hier eigentlich in jedem Schritt hier würden wir visit previous visit wird zu last ne 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 doch visit previous visit wird zu last visit dot get previous wir fragen den den hier hast du einen previous der hat gar kein previous das macht mich unglücklich haben wir das vergessen als wir den gekonstruiert haben raus geschmissen raus geflogen das ist ja mal blöd das ist tatsächlich diese eine zeile code hier hier haben wir hinter die ifs geschrieben die gehört natürlich davor warum hat das keiner gemerkt schon mal ausprobieren function shift f9 barückter kram so jetzt ist die motivation der previous ist der 13 da ist die motivation auch noch 0 und der kommt aber aus dem modeling raum naja das macht totaler sinn und dann der neuner und dann der vierzehner und dann der siebener verrückt das haben wir repariert previous visit sollte jetzt irgendwie cool sein den previous visit tun wir jetzt zur tour dazu ok the tool with visits previous visits chaka finde ich cool und dann müssen wir sagen so und jetzt anstelle von number of runs müssen wir irgendwie sagen so wann hören auf wenn previous visits null ist sind wir fertig oder if previous visit ist gleich gleich null dann sind wir beim obersten dann machen wir so ein return the tour wieder mitten raus aus der schleife hurra und sonst machen wir halt ja tragt den previous visit in die tour in die tour und dann machen wir irgendwie so ein last visit wird zu previous visit ja so eben klar warum ich kann es auch nicht erklären macht man so wunderhübsch dann macht er das hier wieder so und jetzt sind wir hier mit diesem number of runs eigentlich dann auch irgendwie durch machen wir da mal so ein true hin und dann könnten wir das jetzt auch einfach löschen geht das ja und wer los hat kann das jetzt auch ein while umbenennen jo ja das war ja nur so ein hilfkontrakt dieses number of runs damit wir anhalten können damit wir uns das diagramm malen können ne einfach damit wir so ein bisschen die kontrolle drüber behalten dann sagt er so unreachable statement da kommst du nie hin wenn du das meinst ja man soll das nicht machen kein kommentierten code im fertigen quelltext drin stehen lassen ähm was macht man während des debuggings manchmal aber onkel bob im clean code buch hat gesagt bevor ihr das ganze auf euer team loslasst löscht den scheiß raus sehr verwirrt antigen shift f9 sehen wir noch grün tschakka ähm jo ich hab das gefühl das ist richtig komm mal aber ne ja wir sollten da nochmal so assertions machen äh gucken wir nochmal wo ist denn das tour objekt hier und das fängt mit x7 an dann x9 dann x13 dann x20 juhu ich hab das gefühl das ist richtig konstruiert ne dann bräuchte es jetzt nochmal assertions die das alles genau prüfen aber wir haben jetzt genau unsere anderthalb stunden ne nicht ganz rum äh ich find's gut genug ne den rest aus der Aufgabe selbst äh zur Übung ich find's toll ey das hat funktioniert das hab ich noch nie in einer Stunde hingekriegt ich hab immer sonst zwei gebraucht ähm ich hab da auch noch nie die Idee gehabt das so zu machen und äh mit mit diesem komischen Hilfskonstrukt dass man sagt lauf mich steif erst bitte nur einmal durch ne wenn du das gleich n mal machst dann passieren Dinge die ich nicht mehr nachvollziehen kann ähm diesen Trick hab ich erst letzte Woche mit den Einstellungen in den Informatik Leuten irgendwie mal ausprobiert und fand den jetzt im Augenblick bin ich gerade begeistert nächstes Jahr find ich den wahrscheinlich wieder so doof aber probiert das mal für euch selber ich hab extra damit begonnen dass wir hier eigentlich Rekursionen verwenden würden aber bei einer Rekursion verwenden ist dann landest du relativ sicher bei einer Tiefensuche und hier ist eine Breitensuche eigentlich angebrachter und wenn du diese To-Do-Liste hier nimmst hast du mehr Kostenkontrolle darüber ähm ne dann nimmst du ja immer das Element das du als erstes in diese To-Do-Liste reingetan hast wieder raus und landest du in so einer Breitensuche wenn du eine Tiefensuche machen wolltest ne wo du dann immer sagst ja das letzte Element das ich reingetan habe da suche ich immer weiter ne möglichst tief in die Sache rein Breitensuche Tiefensuche theoretische Informatik uah Algorithmen und Datenstrukturen irgendwo habt ihr das mal gehabt ne könnten wir auch machen und der entscheidende Punkt wo der Unterschied ist ist da wo wir uns das Element aus der To-Do-Liste holen ne da mache ich hier so ein Get Null und dann mache ich ein und lösche ich es raus wenn ich hier mache Get irgendwie Length minus 1 oder Size minus 1 da würde ich eben mal das letzte hinten rausholen ähm und dann würde ich ne Tiefensuche machen uah ich hätte noch eine A-Sternsuche A-Sternsuche da hast du auch so nen Suchraum und du hast so verschiedene Dinge wo du weitersuchen könntest und das macht man zum Beispiel wenn du dann so Schachspielroboter baut dann kannst du die einzelnen verschiedenen Alternativen bewerten mit einer Bewertungsfunktion die irgendwie dann sagt ja da kriegst du oh da ist die Gewinnwahrscheinlichkeit für dich so 43% oder irgendwie was und wenn du so ne Bewertungsfunktion hast dann gehst du über deine komplette To-Do-Liste sagst hier oh das sieht scheiße aus oh das sieht gut aus da sind wir schon ganz dicht dran nee das sieht scheiße aus das sieht scheiße aus das sieht gut aus und dann äh nimmst du sortierst du die To-Do-Liste einfach nach diesem nach dieser Bewertungsfunktion und nimmst den vielversprechendsten Kandidaten aus deiner To-Do-Liste ja eigentlich scheißegal welchen du als nächstes aus der To-Do-Liste holst ähm und damit kann man unter Umständen früher zum Ergebnis kommen wenn denn diese Bewertungsfunktion gut ist ne und im Schach ist das irgendwie simpel wenn man dann sagt naja du hast gerade deine Dame verloren war vielleicht kein guter Zug ne dann gibt man eben halt schlechte Punkten du hast gerade den Schachmatt gesetzt den Gegner dann ist das ein ziemlich guter Zug und dann kann man relativ das benutzen um ähm so eine Bewertung durchzuführen und das Verfahren wo du diese To-Do-Einträge bewertest und danach sortierst und dann dementsprechend auswählst welchen du weiterverfolgen möchtest das ist ein A-Stern-Algorithmus oder eine A-Stern-Suche ne das hat man eventuell irgendwann mal in effiziente Algorithmen oder in theoretischer Informatik gelernt ich hab das da glaube ich in Theorien gelernt ähm und das sind so KI-Methoden eigentlich die man auch aus der Spieltheorie gerne verwendet ähm und alle diese Dinge gehen erst wenn du diese Liste von wo könnte es weitergehen explizit hast und das nicht mit der Rekursion machst ne okay du könntest die Liste wie könnte es weitergehen auch als rekursiven Parameter übergehen aber du kannst ja auch ins Knie schießen ne also Rekursion ist doof ne da sind Datenstrukturen im Prozedurkeller und ich hab sie lieber im Hieb ne ich bin objektorientierter Modellierer ich möchte meine Dinge im Hieb haben dann kann ich sie mit dem Fulip-Objektdiagramm darstellen ich möchte sie Gottverdammt nicht auf dem Prozedurkeller irgendwelche wichtigen Strukturen haben dann danke ich für die Aufmerksamkeit Freitag ist keine Übung haltet ein weil akademische Semesterfeier und Übungsgruppenleiter kriegen da ihre Zeugnisse und solche Dinge deswegen kommen wir jetzt da nicht hin und ich muss sie übergeben die Zeugnisse und solche Dinge das heißt wir treffen uns das nächste es gibt auch keine neue Hausaufgabe am Freitag Hurra ihr müsst aber die alte abgeben fürchte ich sehr gut weil dann kann ich nächste Woche erklären wie dieser komische Voodoo da funktioniert mit dem Klammer Affe Link und so ein Kram weil wenn ihr die Hausaufgabe fertig abgeben dann sage ich euch wie ihr den Generator benutzen könnt der das gleiche viel schöner macht dann danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche vor